Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Alice und ich mache hier auf dem Kanal verschiedenste Sachen. Mein Sohn ist da gerade im Hintergrund, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Und wenn doch, müsst ihr heute damit klarkommen, weil ich habe nämlich momentan etwas Zeitstrich. Also, auf meinem Kanal mache ich verschiedenste Sachen. Hauptsächlich gibt es ganz viel Diamond-Tating hier dabei, aber auch Kunstzeug, Kreuzstich und so weiter. Und ich komme in letzter Zeit nicht zu all dem, was ich unbedingt zeigen will. Deswegen habe ich wirklich wenig Videos in den letzten Wochen hochgeladen, weil ich einfach, ich komme einfach nicht wieder. Oh je, der Kleine kriegt wieder nichts, was er will. Ich hoffe, er ist nicht zu laut. Ja, gut. Auf jeden Fall war ich auch für die letzte Woche auch krank gewesen, weswegen ich keine Videos drehen konnte. Und jetzt muss ich alles so peu a peu nachholen. Jetzt ist halt natürlich viel liegen geblieben, aber wir machen jetzt hier dieses Video mit dem Teddybärchen und die Gewinnspielauflösung. Weil darauf habt ihr jetzt schon eine ganze Weile länger gewartet. Am 1. November war quasi die Auflösung des Gewinnspiels angekündigt, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe gesehen, dass sich Leute eingetragen haben auf dem Gewinnspielvideo für das Gewinnspiel nach dem 1. November. Die habe ich für das Gewinnspiel, was am Ende des Videos kommt, nicht berücksichtigt, denn es gilt das, was im Video gesagt wird. Bis zum 1. November. Sonst wäre es unfair den anderen gegenüber. Tut mir also sehr, sehr leid für die ganzen neuen Follower, die danach gekommen sind. Aber vielen, vielen Dank dennoch für alle, die aktuell folgen und die jetzt in den letzten Tagen angefangen haben, mir zu folgen. Das ist unheimlich toll. Also ich freue mich mega darüber, weil wir so langsam an die 500er Marke kommen und das ist halt nur dank euch möglich. Und ich freue mich über jeden einzelnen Follower, der kommt. Wenn ihr Lust und Laune habt, könnt ihr mich auch jederzeit irgendwie anschreiben. Ihr könnt mich per E-Mail kontaktieren und zwar unter info-at-emailer.net Ja, genau. Jetzt muss ich nochmal überlegen, ob das meine E-Mail-Adresse ist. Und dann könnt ihr mir schreiben. Ihr könnt mir zeigen, was für Bilder ihr gemacht habt oder oder oder. Oder ihr kommt auf den Discord der Diamond Painting Community. Dort kommt nämlich demnächst auch so ein toller Adventskalender. Darüber werdet ihr viele Videos bekommen in den nächsten Wochen. Also seid gespannt, was da auf euch zukommt. Gut. Zurück zum kleinen Teddy. Beim kleinen Teddy habt ihr gevotet ganz viele Zahlen. Ganz viele verschiedene Zahlen. Das war die 6 gevotet. Das war die 9 gevotet. Das war die 8, die 11, die 12 und die 7 und die 4. Das waren die Zahlen, die gevotet waren. Und die 8 und die 11, die waren am häufigsten gevotet. Da ich nicht so viel Zeit hatte, drei Felder zu machen, habe ich jetzt zwei Felder gemacht. Und das waren dann die 8 und die 11. Genau. Die 8, die habe ich gleich fertig. Der Teddybär, der kann nun endlich sehen. Und bei der 11 haben wir dann noch ein bisschen den Mund gemacht. Und noch ein paar Blümchen. Ja. Welche Nummern sollen im nächsten Video gemacht werden? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich nehme wieder die Nummern mit den meisten Votes. Und wenn nichts gevotet wurde, dann suche ich mir einfach zwei Felder Minimum aus. Ja. Aber ihr dürft eure Meinung äußern. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei mitmacht. Weil es ist ja quasi ein Projekt zwischen euch und mir. Ihr habt entschieden, dass ich den painten soll. Und ja, ich painte das jetzt mit euch gemeinsam hier und nur hier. Ich painte den nicht auf Twitch oder so, sondern nur hier auf YouTube, damit ihr sagen könnt, das Video ist nur für uns gestaltet. Ja. Ja. Wie geht es euch generell so? Jetzt kommt ja langsam wieder so die Weihnachtszeit. Seid ihr da vorbereitet darauf? Ich habe tatsächlich noch nichts. Also noch nichts. Ich habe keine Weihnachtsgeschenke. Doch einen Weihnachtsbaum habe ich. Aber wir müssen für den Weihnachtsbaum, da ich jetzt zwei Katzen und einen Sohn habe, der nicht sehr freundlich zu Glassachen ist und die Katzen eben auch nicht, oder zu zerbrechlichen Sachen, können wir keine regulären Weihnachtskugeln nehmen, weil wenn die runterfallen, zerbrechen die und ist kaputt. Ist halt schade drum. Aber wir basteln dann für unseren Weihnachtsbaum ganz, ganz viele Sachen aus dieses Moosgummi oder aus Papier oder so und schmücken damit unseren Weihnachtsbaum, da das unheimlich viel Arbeit sein wird. Falls irgendjemand Lust von euch hat, für unseren Weihnachtsbaum was Schönes zu basteln, der ist natürlich herzlich eingeladen, uns zu helfen, den Weihnachtsbaum so schön wie möglich zu dekorieren, mit Sachen, die nicht kaputt gehen können. Oder wenn sie kaputt gehen, das ist nicht so schlimm. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ihr Interesse habt, uns da zu unterstützen, also mich da zu unterstützen, damit ich ein bisschen weniger Stress habe, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hauptsächlich selbstgebastelt seid. Also es geht nur um selbstgebasteltes. Kaufen kann jeder. Kaufen kann ich auch. Wir haben hier einen Philips um die Ecke, der hat Holzdeko ohne Ende. Will ich aber nicht. Ich will selbstgebasteltes Zeug dieses Jahr am Weihnachtsbaum haben. Und der ist groß. Der ist 1,80m groß und hat ganz viele Zweige. Also da passt viel drauf. Ich hoffe ja, dass nächstes Jahr Katzen und Kind ein bisschen ruhiger sind, sodass ich vielleicht nächstes Jahr einen schönen Weihnachtsbaum dann erstellen kann. Wir sehen. Aber das ist so ein bisschen so, ach Gott, wie lange muss ich jetzt warten, bis ich endlich wieder einen Weihnachtsbaum nach meinem Geschmack machen kann? Muss ich das jetzt irgendwie die nächsten drei, vier, fünf Jahre machen, dass ich irgendwie nur selbstgebasteltes Zeug da dran hänge, damit es nicht so schlimm ist, wenn es kaputt geht oder wenn es runterfällt? Wie sind eure Erfahrungen? Ihr habt ja auch Kinder. Erzählt mir doch gerne mal von euren Erfahrungen, wie das mit dem Weihnachtsbaum funktioniert hat. Ich befürchte halt, dass mein Sohn sich quasi in den Weihnachtsbaum reinwirft. Und die Katzen, die klettern, werden sowieso versuchen hoch zu klettern. Ich sehe sehr, sehr, sehr stark von außen. Ja, also wie ihr gesehen habt, wir haben das erste Feld von dem Teddy schon fertig. Und jetzt arbeite ich schon am zweiten Feld. Da ist, ihr seht an der Schnauze, so ein dunkelgrauer Bereich. Die Farbe finde ich nicht so passend. Ich warte jetzt, bis das Bild natürlich fertig ist, damit ich entscheiden kann, ob das dahin passt oder nicht. Und falls es mir nicht gefällt oder falls es nicht ins Bild passt, werde ich die Farbe vermutlich ändern, weil es hat mich schon ein bisschen geärgert gehabt, als ich das verpainted habe. Aber wie gesagt, das kann man während dem Prozess des Paints nie 100% genau sagen. Da hat man dann immer so ein bisschen, da fehlt das ganze Bild am Ende, um das gut einschätzen zu können. Ja, deswegen, ich paint das zu Ende und dann entscheide ich, ob ich die Farbe austausche oder nicht. So, wo waren wir? Achso, bei Weihnachten, genau. Dass ich noch nichts vorbereitet habe. Ich habe noch keinen Adventskalender. Und ich will unbedingt für meinen Sohn einen eigenen Adventskalender machen. Und dafür muss ich das Zeug noch holen. Ich will für meinen Männern einen eigenen Adventskalender machen. Ich will für meine Schwester einen eigenen Adventskalender machen. Und irgendwie befürchte ich, dass ich das nicht schaffen werde. Aber ich versuche es. Ja. Und bei mir gibt es ja auch eine ganz, ganz neue Info. Ich habe mich ja jetzt bei Stamping Up angemeldet, als Demonstrator. Das heißt, ich bin quasi dann so ein Vertreter von Stamping Up. Ich nenne es halt Demonstrator. Und ja, kann euch quasi die Produkte davon verkaufen. Also wenn ihr Interesse habt an Bastelsachen, an Stempeln, an Stanzen, an Papier, an eine Stanzmaschine, an einem Schreidegerät, an was auch immer. Guckt. Ähm. Ja. Schreibt mir einfach eine Nachricht. Das wäre dann an SU. Also für Stamping Up. SU. At Alice-Schonat.de Ähm. Genau. Da könnt ihr mir gerne schreiben. Und dann kriegt ihr, wenn ihr möchtet, einen Katalog von mir zugeschickt. Das ist völlig kostenfrei für euch und völlig ohne Probleme. Ähm. Also nur weil ihr einen Katalog habt, heißt das nicht, dass ihr bestellen müsst. Ich würde mich aber freuen. Denn jede Bestellung, die ihr über mich aufgebt, ähm, gibt mir natürlich eine kleine Provision. Und diese, ähm, Sachen sind eigentlich gute Qualität. Das kann mich nicht beschweren. Also es lohnt sich, äh, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. So. Ähm. So. Entschuldigung für den Hufen. Ähm. Genau. Also wenn ihr Interesse habt an einem Stamping Up Katalog oder generell mal mehr über Stamping Up wissen wollt, oder wenn ihr selber Demonstrator werden wollt, könnt ihr mich natürlich jederzeit äh, anschreiben. Ich kann euch die Vor- und Nachteile nennen. Ähm. Und, ja, wir können gemeinsam den Bestellprozess durchführen. Soviel zu Stamping Up. Das Video ist jetzt auch bald vorbei. Wir wollen ja hier die Verlosung gleich machen, ne. Ähm. Also wir haben jetzt die beiden Felder gleich fertig und dann kommt die Verlosung. Das wird mit dem Tool Lach Tools gemacht, mit dem ich immer meine Verlosungen mache. Live. Ähm. oder in Videos. Und da habe ich keinerlei Chance irgendwas zu programmieren oder zu faken oder so. Ähm. Ich gebe den Namen ein und dann sucht der den Gewinner raus. Genau. Und das habe ich jetzt, äh, quasi schon aufgenommen und hänge das euch jetzt hier ans Ende dran. Danke. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und, äh, schon mal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Hihi. Ähm. Verlosung. Ähm. Verlosung war ja gewesen vom, äh, Zeitpunkt, als ich das Video gepostet hatte, das letzte Video, als wir, ähm, gepaintet hatten. Bis zum ersten November, hatte ich explizit so gesagt. Ähm. Es waren ein paar Kommentare, die erst nach dem ersten November kamen. Ähm. Und die habe ich jetzt nicht mit inbegriffen. Wir haben jetzt also 13 Teilnehmer und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Moment, das tut mir ganz doll leid. Ähm. Aber ich habe die Kommentare alle zweimal geprüft, deswegen vermutlich, äh, kein Fehlendes. Ähm. Ähm. Ja. Ich habe jetzt hier alle, äh, aufgeschrieben, die quasi, ähm, mitgemacht haben. Die kommentiert haben im Zeitraum des Videos bis zum ersten November. Und jetzt gucken wir mal, wer den kleinen Fake-Hasen gewinnt, oder? Was sagt ihr? Machen wir, ne? So. Los geht's. 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 Ja, der Gewinner ist Philips Creation, herzlichen Glückwunsch, du bekommst den kleinen Fake-Karten, schreib mir eine kurze Nachricht im Discord oder per E-Mail wegen deiner Adresse und dann schicke ich dir den kleinen Fake-Karten zu und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit, diesen zu painten und ja, dann sehen wir uns vermutlich erst im nächsten Video. Vielen, vielen lieben Dank für die zahlreiche Teilnahme am Gewinnspiel. Wenn ihr mehr Gewinnspieler haben möchtet, dann kommt doch bei uns auf den Discord, dort passiert jetzt demnächst ganz, ganz viel mit Gewinnspielen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Also bis bald ihr Lieben und vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.